Liebe Frau Pranker, liebe Mitarbeiter des Baltisch-Deutschen Hochschulkontors, mein Name ist Henrik Mainz und ich möchte im Namen der Luise-Schröder-Schule in Berlin einen kurzen Gruß zu ihrem Jubiläum schicken. Wir freuen uns sehr über die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Baltisch-Deutschen Hochschulkontor. Wir haben ja schon seit vielen Jahren jetzt Praktikanten, die bei Ihnen eine Zeit in Riga verbringen konnten und das war immer eine sehr gewinnbringende Zeit. Ich freue mich auch sehr, dass jetzt bereits im September schon eine weitere Praktikantin zu Ihnen kommen kann. Alles Gute für das Baltisch-Deutsche Hochschulkontor und weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Viele Grüße aus Berlin. Tschüss!